Wenn die Zecken am Körper ankommen, dann suchen sie nach einer geeigneten Einstichstelle. Das geht bei den Haustieren relativ schnell. Bei uns Menschen dauert es meistens ein bisschen länger, da sie erst durch die Kleidung finden müssen. Die wohl bekannteste durch Zecken übertragene Erkrankung ist die FSME oder Frühsommermeningoenzephalitis, die in unseren Breiten eigentlich das Hauptproblem darstellt. Aber sie können auch noch Bakterien übertragen wie Borrelien und auch noch andere Bakterien, Riketien sind jetzt ein Thema geworden, aber das sind so die Hauptthemen in Österreich. Und wenn sie dann einmal eingestochen haben, dann gibt es Unterschiede bei der Übertragung. Bei FSME kommt es zu einer sofortigen Übertragung, bei Borrelien zum Beispiel dauert es ein bisschen, bis sich die Borrelien verändert haben und übertragen werden können. Da Borrelien eine gewisse Zeit brauchen, bis sie übertragen werden, ist es wichtig, dass man die Zecken so rasch wie möglich entfernt, damit man eine Übertragung verhindert.